Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum JavaScript Tutorial. Heute geht es um Arrays. Arrays sind eine Möglichkeit, wie ihr verschiedene Variablen auf einmal in eine einzige Variable reinspeichern könnt. Das heißt, ihr habt sozusagen eine Ansammlung von Variablen. Sehr nützlich tatsächlich in der Praxis und braucht man sehr, sehr häufig. Vor allem, wenn man irgendwie irgendwelche vielen Daten hat, was man ja im Web-Bereich häufig hat. Also irgendwelche, keine Ahnung, viele verschiedene User oder sowas. Da kann es schnell mal passieren, dass man ein Array in der Hand hat. Und deswegen ist es durchaus sinnvoll, wenn ihr versteht, was dahinter steckt. Okay, fangen wir also an. Sagen wir mal, wir wollen zum Beispiel User, eine Variable namens User. So, oder Users, weil wir ja mehrere davon haben wollen. Okay, jetzt setzen wir ihn gleich und jetzt machen wir einfach folgendes. Also das hier vorne war einfach wieder der Name. Den können wir wieder so wählen, wie wir wollen, wie bei jeder Variable. Das ist im Prinzip auch eine Variablenart. Und jetzt machen wir folgendes. Jetzt sagen wir hier, okay, unsere User packen wir in solche eckigen Klammern rein. Und da packen wir dann zum Beispiel den User Darth Maul rein. Und dann packen wir noch den User Darth Vader rein. Und den User Darth Sidious. Oh Gott, den habe ich mit Sicherheit falsch geschrieben. Tut mir furchtbar leid. Genau. So, und ans Ende packen wir wieder unser Semikolon. Jetzt haben wir ein Array mit drei Variablen drin. Also im Prinzip eine Variable, die drei Variablen enthält. Diese drei Variablen sind tatsächlich Strings in unserem Fall. Es können aber auch Zahlen sein. Das kann man sich aussuchen, wie man gerade möchte. So, und damit kann ich jetzt Sachen machen. Also oftmals werden die Dinger hier auch dynamisch kreiert. Zum Beispiel die User, die werden automatisch oder die legen sich selber an. Und ihr sucht euch dann einfach mal alle User raus. Zum Beispiel. Und dann, keine Ahnung, in eurem Browser geben wollt ihr alle, keine Ahnung, User angreifbar machen oder sowas. Für einen gewissen anderen User. Und dann habt ihr halt hier einfach ein Array an Usern. Wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man es brauchen könnte. Werdet ihr aber wahrscheinlich noch selber sehr, 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 sehr viele finden. Okay. So, was wir jetzt machen, ist folgendes. Jetzt wollen wir natürlich auch noch darauf zugreifen. Das wäre jetzt natürlich blöd, wenn wir da irgendwie mega den Aufwand hätten. Deswegen gibt es da auch wieder einen neuen Zugriffsoperator. Ich mache das Ganze mal wieder mit window.alert. Das ist, alter, genau. Ja, alter, okay. window.alert. Und jetzt geben wir den User 0 mal aus. Also Users an der Stelle. Und da brauchen wir wieder diese eckigen Klammern. Die ihr übrigens mit als gr kriegt. Und dann 8 und 9, falls ihr es noch nicht gefunden habt. Und jetzt geben wir mal den 0. User aus. Achtung, wir fangen bei einem Array immer mit 0 an zu zählen. Das hier ist 0. Das ist 1. Und das ist der zweite User. Also im Prinzip fangen wir mit 0 an und hören bei 2 auf. Length minus 1. Also die Länge von unserem Array minus 1. Das ist unser letztes Element. Gehen wir mal den User 0 aus. Mal gucken, was dabei rauskommt. Da kommt natürlich darf more bei raus. Wohingegen, wenn ich jetzt hier User 2 eingebe, dann kommt unser darf sedious raus. Und wenn ich den User 3 ausgeben möchte. Ja, jetzt wird es spaßig. Mal gucken, was da passiert. Dann kommt unddefined. Unddefined bedeutet, wir haben tatsächlich keinen Wert gesetzt. Das heißt, ja, wir haben einfach keinen Wert. Blöd gelaufen, aber existiert halt nicht. Okay. Und so könnt ihr damit umgehen. Ihr könnt hier genau wie bei Strings auch wieder hier die Länge ausgeben lassen. Dann nehmt ihr dann einfach Users Punkt. Und jetzt könnt ihr hier die Length ausgeben. Mal schauen, was dabei rauskommt. Achtung, jetzt wird es witzig. 3. Wir können aber nicht an das dritte Objekt zugreifen. Also auf das dritte Objekt können wir nicht zugreifen, sondern nur auf das zweite. Das ist das letzte. Das heißt, Length ist immer eins höher als das letzte Element, das wir benutzen können. Wie man durch so ein Array effizient durchiteriert, nennt sich das Ganze. Also wie man auf jedes Element einmal zugreift, das werden wir uns dann später angucken, wenn es um die Schleifen geht. Also wenn es um echte Schleifen geht. Okay. Jetzt möchte ich euch gerade noch kurz zeigen, wie ihr neue Elemente in so ein Array reinpackt. Denn Arrays sind hier in JavaScript ein bisschen dynamischer als sonst wo. Wir können hier einfach dynamisch sagen, ich hätte gerne jetzt noch einen weiteren Sith Lord hier drin. Und deswegen sage ich ja jetzt einfach mal, Users an der Stelle 3 wollen wir ausgeben. Aber da müssen wir erstmal noch einen Users an der Stelle 3 reinpacken. Und da sage ich dann einfach Users.push. Und am Ende natürlich Semikolon wieder nicht vergessen. Und hier kommt jetzt unser letzter rein. Zum Beispiel DarthRevan. Okay. Und jetzt haben wir den tatsächlich hinten angefügt. Das ist, als hätten wir hier jetzt noch einen weiteren User eingegeben. Wenn wir jetzt hier mal auf Aktualisieren klicken, dann kriegen wir hier DarthRevan zurück. Das heißt, Users an der Stelle 3 ist nicht mehr undefined. Und somit ist auch unsere Länge nicht mehr 3, sondern 4 geworden. Denn wir haben ja hier was Neues rein gepusht. Okay. Sehr witzigerweise können wir auch sagen, und das ist wirklich in JavaScript eine eigene Sache. Das findet man sonst relativ selten oder eigentlich nie. Ich habe das noch nie gesehen. Ziemlich krass. Wir können hier sagen, wir hätten gerne Users an der Stelle 10. Obwohl wir die Users von 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9 noch nicht definiert haben, hätten wir gerne den User an der Stelle 10 definiert. Nämlich als DarthRevan. Dann kommt als Users an der Stelle 3 wieder ein undefined raus. An Stelle 4, 5, 6 bis 9 kommt auch ein undefined. Aber an Stelle 10, da habe ich dann DarthRevan drin stehen. Das heißt, vorsichtig damit, ihr werdet damit höchstwahrscheinlich ein undefined produzieren, wenn ihr nicht genau wisst, was ihr tut. Aber diese undefineds könnt ihr dann einfach überspringen. Und habt hier einen DarthRevan dann halt an Stelle 10. Also ihr könnt dann einen höheren Index auch angeben, wenn ihr das so wollt. Okay, das war mal wieder sehr viel Input heute. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ihr könnt damit umgehen. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.